so viel skill bäume ja das sind immer mehr da speicher erstmal jetzt diese hitze da fühlt sich direkt unangenehm an wenn man da so reinschaut also ich dachte jetzt kommt irgendwas außenbereich hier ist ein raumschiff wasser cool so so Das war's für heute. Ob das noch funktioniert? Nein, das sind 300 Jahre. Geht das mal rein, tschüss. Ich gehe auch die ganze Zeit immer so abseits von allen. Ich sollte fliegen, okay. Es gibt schon mal dicke, fette Minuspunkte. Dann kommt er hierher und so, als ob nichts wäre. Ja, ja. 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 Ich glaub nicht. Ich glaube nicht, dass da... Da ist irgendwas faul. Irgendwas, was sehr bedrückend für sie ist. Gefühlt ist sie jetzt irgendwie noch mehr in sich gekehrt. Wenn ihr uns jetzt mit dem Raumschiff allein abhaut, ne? Seht euch mal vor! Dann haben wir ein Problem. Wenn ihr jetzt wirklich damit abhaut, ne? Oh, bitte tu es jetzt nicht! Nein! Nein! Sion! Erwischt! Wtf? Okay. Was ist denn jetzt mit ihr? Oh, okay. Oh, okay. Um... Was? Würde sie wirklich schießen? Was hat sie denn? Das muss so belastend sein, dass sie jetzt alleine losgehen wollte. Was? Was ist das? Das war's. Was ist das? Was ist das? Das? Ich kann nicht mehr 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 ohne. Ich kann nicht mehr mehr aufhören. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Was ist das? Das stimmt. Oh, ich kann mich nicht mehr aufhören. Offf 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 Wenn ich die Hände aufbauen werde, dann würde ich die Hände aufbauen. Ich glaube... Ich werde die Hände aufbauen. Aber wenn ich die Hände aufbauen werde, dann würde ich den Hände aufbauen. Das ist... ... das ist mein wirkliches Ziel. Das ist krass. Das ist krass. Wir werden alle sterben. Das war häufiger mit den Dornen jetzt in letzter Zeit. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Oh. Oh. Das ist krass. 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 Das 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 krass. Krass. Das krass. Krass. Das krass. Das krass. Das krass. Das krass. Das krass. ist gerade weg. Er sollte bloß nicht lesen. Lesen tue ich nicht? Ja, dann kannst du gucken. Ich muss jetzt nur mit dir nochmal reden. Zwischensequenz von eben bis vorbei. Okay. Ja. 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 Okay. Er hat nur einen Flügel. Ach so. Oh, wegen Alphenmenzen. Er ist ja wie ein gefallener Engel. Deswegen hat er Einflügel. Ja. 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 Das stimmt. Ja, das stimmt. Wir waren alle einander. Aber wir können nicht so sein. Ich möchte auch so sein. Ja, es wird schon sein, aber ich werde nicht mehr, 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 mehr oder weniger. Wir werden uns auch mit uns unterstützt. die schon so erwachsen und wie viel alterne aber kein wunder dass sie auch erlebt hat es ist halbmond und mich hat interessiert wie er dadurch aussieht stimmt dass er die andere seite dunkel sieht wirklich interessant aus wundstalker wundstalker Ich glaube, es war ein bisschen anders, aber ich glaube, dass ich mich wirklich nicht sehen kann. Es ist nicht nur du. Ich weiß auch, dass Sion sich患. Ich weiß nicht, dass Sion sich患. Ich weiß nicht, dass Sion sich immer zu helfen. Aber ich weiß nicht, dass Sion sich immer zu helfen. Aber ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Wir haben hier einen Tiff gegen seine Schulden. Wieso ich? Jetzt musst du die aussuchen. Ich bin in sowas sehr schlecht. Du bist die Herrscherin. Wow. Aber ich habe für sowas keine Ideen. Das kann Yami schon tun. Du musst es zu wissen, für was er für dich nützlich wäre. Ich weiß es nicht. Ich kann dir höchstens bei Trainingssachen helfen. Davon habe ich auch keinen Plan. Weil du bist ja gerade so ein bisschen mit Boxsack und sowas. Das hat dir da vielleicht irgendwie noch was anderes gelieft. Aber sonst? Keine Ahnung. Was macht Yami schon? Keine Ahnung. Im Aquarium liegen und ein Fisch sein. Das muss er ja auch hinkriegen. So ist es wieder eine Zwischensequenz, ne? So eine kleine. Ja, hast du Yami. Das richtige Bild. Ne, will ich nicht. Aber ich sehe... Wow. Ich sehe durch die Flügel nichts. Ich sehe durch die Flügel nichts. Aber... Ja, das ist okay. Genau. Das war's für heute. Jenny, was meinst du? Was wird nicht angezeigt? Okay. Kanalpunkte, das kann ich nicht beurteilen, ich seh das und nicht. Also bei mir ist ein Unendlichkeitszeichen, weil es ja mein Kanal ist. Ist das nur ein Anzeigefehler? Überall heute so? Ja, das kann ein Twitch-Fehler sein. Ich kann bestimmt wieder husten. Oh, das Lächeln steht hier. Nun dürft ihr euch küssen. Jo, alle wieder da? Wir werden jetzt da hochfliegen. Hoffe ich. Ob wir lebend ankommen, weiß ich nicht. Oh, wow. Danke, Sarah. Oh, ist die gemein. Voll gemein. Habe ich irgendwas eigentlich verpasst? Bestimmt. So am Ende hin? Da war was. Da habe ich eine Sache verpasst anscheinend. Wie ist die Wahrheit? Ich bin auf der Welt gekommen. Ich bin auf dem Weg gegangen. Ich bin auf dem Weg gekommen. Ich bin auf dem Weg gekommen. Ich bin auf dem Weg gegangen. Ich bin auf dem Weg gegangen. Aber das ist der Weg gegangen. Aber wenn ich mich überrasst, dann geht es um mich nicht zufrieden. Okay, sonst habe ich nichts verpasst, super. Also nichts weiter. Hast du denn kochen? Ja, essen. Was machen wir denn schönes? Erhöhnt Angriff. Verdiente Kampfpunkte.